Hallo, mein Name ist Michael Martens. Und ich war heute bei der fünften Trinab-Aktion mit dabei. Wir haben wieder Mögel sammelt bei herrlichem Regenwetter. Es hat sich gelohnt und ist eine wichtige Aufgabe. Und ich bin eigentlich immer froh dabei zu sein und freue mich immer, wenn viele Leute dabei waren. Diesmal war sogar der WFO mit dabei und wir sind hier bei dieser Paddel- und Pedalstation. Und es läuft ganz gut mit, ist eine schöne Aktion und hat mir Spaß gemacht. Ja, liebe Ämter und Umgebung hier, wir sind das vierte Mal jetzt dabei beim Saubermachen hier, beim Cleanup. Und es ist erfreulich, also es war sehr wenig Müll dieses Mal, allerdings wieder viele, viele Zigaretten kippen. Das ist wirklich Gift für die Umwelt. Und liebe Leute, wir kommen nicht überall ran, weil wir sonst überall in Hundescheiße treten. Das wäre natürlich günstig, wenn ihr da mal ein bisschen aufpassen würdet, ihr lieben Hundehalter, dass wir da auch den Müll weggesammelt kriegen. Ja, moin moin, mein Name ist Jens Jerems, heute zum fünften Mal beim sogenannten Gewässer Cleanup dabei. Und ja, das Wetter ist nicht so berauschend jetzt heute, es regnet ziemlich. Aber dennoch sind wir sehr motiviert in der ganzen Sache und wir haben eine ganze Menge Müll zusammengesammelt. Und ja, damit unsere Stadt M schöner wird. Wir, das Team von der Paddel- und Pedalstation, freuen uns sehr, dass wir hier das Gewässer Cleanup unterstützen können. Wir finden das absolut wunderbar und finden, das ist ein ganz tolles Projekt. Und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir hier in einer guten Kooperation anbieten können, die Boote zur Verfügung zu stellen, hier einen Kaffee zwischendurch zu trinken, sich aufzuwärmen. Und das ist einfach toll. Wir sind begeistert. also, die haupte anbieten Bis zum nächsten Mal.